Seit ich zu Nicole ins Pränikhealing gehe, fühle ich mich einfach allgemein viel leichter. Nicht nur körperlich, sondern auch emotionaler. Ich bin irgendwie viel gelassener und ausgeglichener. Es ist wirklich ein mega schöner Raum, den Nicole arbeitet, der mir auch mega zu vertrauen darf da sein. Ich war mega erstaunt, wie viel Nicole über mich hat gewusst, bei der ersten Sitzung, ohne dass ich es ihr erzählen musste. Das hat mir mega viele Erklärungen abgenommen. Ich fühle mich einfach immer super und kann es jedem wärmstens empfehlen.